Als Bücherhoferum habe ich genauso das Recht, Bücher in der Bibliothek auszuleihen, wie Kinder und sonstige Leser. Liebe Bücherfreunde, es soll ein Buch geben, in dem ein Teddybär vorkommt, so wie meiner. Wenn das stimmt, möchte ich das Buch gerne lesen. Ich habe auch einmal einen gesehen, sagte Ferkel. Ich auch, sagte Poo und überlegte, wie wohl ein Hefferlump aussehen könnte. Wenn ich zerknirscht bin, bitte ich ganz besonders darum, mit meinem richtigen Namen, nämlich Lehmann, angesprochen zu werden. Sir, woran denken Sie, wenn Sie den Namen Mobidig hören? Meint er mich? Ja, Sie, Sir. An welches Tier denken Sie bei Mobidig? Einen Dackel. Welche Nummer hat denn die Buchbinderei? In 63. Herr Lehmann bei seiner liebsten Beschäftigung. Bei seiner zweitliebsten. Das Programmieren der Teleliftkästen ist meine zweitliebste Beschäftigung. Abfahren. Die erstliebste ist lesen, nicht wahr? Herr Bücherwurm. Wie genau Sie mich kennen, Fräulein Sülker.